Gehörst du auch zu jenen, die in der Nacht durch ihre Albträume erweckt werden und die vielleicht zwischen ihren Albträumen sogar noch eine Panikattacke erleben, dann ist dieses Video erneut genau für dich. Ich bin Gabriela und ich begleite Menschen mit Entwicklungstrauma und KPTWS und ich freue mich jetzt auf dich. Im Traum fallen oder verfolgt werden, diese Träume kennen fast alle. Aber was, wenn man jede Nacht schlecht träumt? Häufig werden Albträume unterschätzt, sogar in der Fachwelt. Träume im Allgemeinen sind eine Art psychologisches Phänomen, bei dem das Gehirn Gefühle, Bilder und Erinnerungen in einem kurzen Zeitrahmen erlebt. Realistisch, verzerrt oder surreal können sie sein. Für viele aber, die regelmäßig Albträume haben, ist es wie eine Art von Schatten in ihrem Leben, die sie nachts verfolgen. Wusstest du, dass 70% der Menschen einmal in ihrem Leben Albträume haben? Für einige sind sie ein gelegentlicher Albtraum, für andere eine tägliche Herausforderung. Doch diese nächtlichen Abenteuer sind meistens ein Hinweis auf unbewältigte Emotionen und womöglich Traumata. Schlafmediziner und Forscherinnen unterscheiden deshalb posttraumatische Albträume, bei denen das traumatische Erlebnis typischerweise wiederholt wird. Sie plagen häufig Menschen, die Krieg und Gewalt erlebt haben oder die von einer Naturkatastrophe betroffen waren. Und nun jetzt, stell dir vor, Du wachst eines Morgens auf und die Dunkelheit der Nacht ist verschwunden. Du fühlst dich frei, die Sonne scheint, befreit von den Ketten der Vergangenheit. Deine Albträume sind nicht mehr deine Feinde, sondern deine Lehrer. Sie zeigen dir, wo du heilen musst und begleiten dich auf deinem Weg zur Selbstentdeckung. Klingt das für dich unmöglich? Das kann ich sehr gut nachempfinden. Denn ich kenne auch den Grund dafür. Denn Trauma ist nicht nur ein Wort, es ist ein Gefühl von Ohnmacht. Es kann sich in Form von Albträumen manifestieren, die uns daran erinnern, was wir vergessen wollen. Stell dir vor, du gehst nachts ins Bett, ohne Angst vor dem, was kommen könnte. Du sinkst in einen friedlichen Schlaf, umgeben von Wärme und Geborgenheit. Ob du das je erfahren kannst? Wenn du heute noch traumatische Albträume erlebst? Lass uns mal die Hintergründe ansehen, wie Trauma und das Gehirn sich zusammenhängen. Trauma, insbesondere Entwicklungstrauma, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Funktionsweise des Gehirns. Denn Forschungsergebnisse zeigen, dass traumatische Erfahrungen in der Kindheit die Gehirnstruktur und Funktion nachhaltig verändern können. Statistiken zeigen, dass etwa eines von vier Kindern in den Vereinigten Staaten mindestens eine traumatische Erfahrung macht und weitere Studien zeigen, dass etwa 30% der Menschen, die in ihrer Kindheit traumatischen Erfahrungen ausgesetzt waren, später an ernsthaften Schlafstörungen leiden. Ein Entwicklungstrauma, das häufig durch Vernachlässigung, Missbrauch oder instabile Bezugspersonen hervorgerufen wird, führt ebenfalls auch zu signifikanten neurologischen Veränderungen. Studien zeigen, dass Kinder, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, häufiger eine reduzierte Größe des Hippocampus aufweisen, eine Region im Gehirn, die für das Gedächtnis und das emotionale Lernen verantwortlich ist. Bei diesen Kindern sind häufig Veränderungen in Bereichen des Gehirns zu beobachten, die für Emotionen, Stressregulation und das Gedächtnis verantwortlich sind, wie die Amygdala, wo auch das Trauma abgespeichert wird, der bereits genannte Hippocampus und der präfrontale Kortex. Diese Veränderungen können zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Stress im Allgemeinen, Schwierigkeiten beim Regulieren von Emotionen und zur beeinträchtigten Fähigkeit führen, neue Informationen zu verarbeiten. Ob du das auch schon an dir beobachten konntest? Insbesondere die Amygdala, die für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich ist, wird überaktiv, während die Funktion des präfrontalen Kortex, der für rationale Entscheidungen und die Regulierung von Emotionen zuständig ist, direkt hinter deinen Stirn beeinträchtigt wird. Diese Veränderungen können in einer ständigen Alarmbereitschaft dann resultieren, die das Einschlafen und Durchschlafen erschweren oder unmöglich machen. Ich nenne diesen Zustand stuck in your head, weil du währenddessen in deinem Kopf, in deinen Gedanken gefangen bleibst, ist dein Nervensystem und Körper in einer absoluten Überregulation. Und du wie ein Gefangener in den Gedanken versuchst, durch die Gedanken dich zu regulieren. Welche Albtraumtypen gibt es? Diese posttraumatischen Albträume können verschiedene Formen annehmen, von Traumata, die sich direkt auf die traumatischen Erlebnisse beziehen, bis zu allgemeineren Ängsten wie dem Verlust von Kontrolle oder dem Verfolgtwerden. Häufige Arten von Albträumen, die mit Trauma in Verbindung stehen, sind Verfolgungs- oder Angriffsszenarien, das Erleben oder Beobachten von Verletzungen und der Verlust von geliebten Menschen. Ein weiterer typischer Albtraum ist der Wachtraum, in dem die Person glaubt, wach zu sein, aber unkontrollierbare und beängstigende Bilder erlebt. Es besteht gleichzeitig nicht nur eine Belastung, sondern auch ein Teufelskreis, welcher die Schlafqualität beeinträchtigt und das Risiko für psychische Erkrankungen enorm erhöht. Es ist wichtig, dass du dir bewusst machen kannst, dass die Auswirkungen von Trauma auf das Gehirn nicht nur emotional sind, sondern auch physische Veränderungen und sogar Hindernisse in deiner Traumaheilung mit sich bringen. Du fragst jetzt sicherlich, ich sehe dich schon, wie das? Ja, wie es vonstatten geht? Während des Schlafs durchlaufen wir verschiedene Schlafzyklen, die für die emotionale und kognitive Verarbeitung von Erlebnissen entscheidend sind, insbesondere die sogenannten REM-Schlafphasen, also Rapid Eye Movement. Das ist eine Fähigkeit, eine von Natur aus angelegte Fähigkeit unseres Gehirns, was auch unter anderem die Methode EMDR anwendet, also dass unsere Augen sehr schnell von rechts nach links bewegen, währenddessen das Gehirn verschiedene Informationen verarbeitet. Genau diese Schlafphasen sind äußerst wichtig für die Integration von Erinnerungen und die Regulierung von Emotionen. Albträume hingegen, die oft mit traumatischen Erfahrungen verbunden sind, führen jedoch dazu, dass Betroffene häufig aus dem Schlaf gerissen werden, nicht selten schreien oder um sich hauen, was die Zeit im REM-Schlaf reduziert. Dadurch wird gleichzeitig die Fähigkeit, das Trauma zu verarbeiten, stark eingeschränkt. Studien zeigen sogar, dass Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung signifikant häufiger unter Albträumen leiden, manche sogar ein Leben lang, die dann zu einer verstärkten Angst- und Panikreaktion führen können. Diese Reaktionen können eine negative Rückkopplungsschleife erzeugen, in der die Angst vor dem Schlafen und den damit verbundenen Albträumen zusätzlich zu Schlafstörungen und Angstzuständen und im Nervensystem hyperaurosal somit zu noch mehr Erschöpfung, nicht nur seelisch, sondern auch somatisch führt. Ja, und was kann helfen? Die Fachwelt ist hier noch nicht ganz einig. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin empfiehlt, ab sofort ein Traumtagebuch zu führen, die Träume also nachts oder am Morgen aufzuschreiben. Dies kostet zwar zunächst Überwindung, solle aber die Häufigkeit von Angstträumen jedoch nachweislich senken. Kinder können die wichtigste Szene ihres Traums auch sogar zeichnen. Vielleicht probierst du das auch mal, Neurowissenschaftler und Körperpsychotherapeuten empfehlen, kein Traumtagebuch zu führen. Denn wenn das Gehirn mit den angsteinflößenden Themen sich stets durch die Niederschrift von diesen Träumen beschäftigt, dann die neuronalen Netze nur verstärkt werden. Deshalb wird empfohlen, den Fokus verstärkt auf die Nervensystemregulation zu legen, anstelle sich mit den Albträumen zu beschäftigen und gleichzeitig mit den ursprünglichen Ursachen von diesen Angstzuständen zu kümmern. Eine weitere Strategie zur Reduzierung dieser Schlafstörungen könnte die Anwendung von Techniken wie der sogenannte I-Murgery Rehearsal Therapy, IRT sein, bei der Betroffene ihre Albträume bewusst umgestalten und in eine positive Richtung lenken. So können Albträume weniger Angst auslösen werden, was wiederum zu einem besseren und erholsameren Schlaf führen kann. Das Erkennen und Verstehen dieser Zusammenhänge sind der erste Schritt, um den Kreislauf aus Schlafstörungen und Trauma zu durchbrechen. Denke daran, wenn wir Traumata in den Körper immer noch verdrängen, dann ist diese Traumaenergie im Körper gefangen, welche dann nicht selten, auch in Form von Albträumen, sich zeigt. Meine wichtigste Einladung lautet an dich, dass du diese Zeichen deines Körpers ernst nimmst und dich auf dem Weg deiner Traumaheilung begibst. Denn wir können jederzeit, zwar nicht ganz von vorn beginnen, aber jeden Tag einen Neubeginn in unserem Leben starten, der unsere Lebensqualität und Lebensfreude ein Stückchen mehr heilen kann. Ja, Albträume und frühkindliche Traumata bin erneut ganz, ganz neugierig, was deine Erfahrungen sind. Hast du denn Albträume? Wie sind sie, diese Albträume? Haben diese Albträume auch schon vielleicht Veränderungen erfahren über die Jahre? Und welche Erfahrungen hast du bisher gemacht? Ich freue mich, wenn du dich zurückmeldest und etwas teilst. Und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles, alles Liebe, Gabriella.